Yo guys, willkommen zurück zu... Let's play Spyro Year of the Dragon Im letzten Part sind wir Weltmeister oder Meister in... keine Ahnung was geworden Und ich bitte euch, nicht wundern Ich hab's geschafft, meine Self-Sets mal wieder zu verkacken Und konnte alles, was in der letzten Aufnahme geschehen ist, also alles, was ich im Mitternachtswerk gemacht habe Neu spielen Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher Ob hier nach noch irgendwo Edelsteine auf den Weg lagen Bis dahinten hin, weil da ist das Ende Also jedenfalls, dann geht man halt hier wieder runter Den dann und den Sakophat da hinten töten, macht man dann einfach alles put Dann kriegt man halt noch mal Edelsteine ein paar Hier liegen dann, glaube ich, auch noch welche Ja, hier ist dann noch eine Agent 9-Aufgabe, hier steht dann der Typ, bei dem man Rätsel machen muss Hier ist dann noch mal ein Rutsch, wo man runter muss Ich weiß nicht, wie weit ich noch gezeigt habe Ja, die Agent 9-Aufgabe, die würde ich da noch kurz zeigen, da wurde ich gerade erst angeschrieben, das ist mir gerade relativ egal Gut, f1, safe, f2, load So, kurz alles Das helfen Ja, gut So, dann machen wir jetzt diese verdammte Agent 9-Aufgabe Ja, jetzt kommt der verkackte Agent 9-Aufgabe Ja, Riddles, ja Rätsel, rätsel, rätsel Hier ist der Rhythm Ich folge dich, wo immer du gehst Aber mehr von mir du gehst, desto mehr du gehst Also, das heißt Hm, das ist quasi darauf bezogen, wenn du mehr machst Lässt du mehr da Also, so kann man das sagen, ja Die Rätsel, what I'm I A shadow Time Giant Lizard or Footsteps Natürlich Footsteps, weil Je weiter man geht, desto mehr lässt man hinter sich Mein Mann Du bist ziemlich clever für jemanden, mit jemanden, mit so little, little fashions Du kannst nach dem ersten Trial Juppel, verfeckel So, hier, safe, setze, damit ich das verkackte Riddle nicht nochmal machen muss Nein, nein, der läuft doch nicht in die Mitte, Agent 9, du bist ein Hoch und so Aua, Gift Ihr sollt mich nicht angiften, ihr Schwein Ah, ne, ihr seid keine Schweine Ich hab Respekt vor euch Nicht Das war jetzt übrigens der 1 Selfset, den ich gemacht hab, damit ich das Rätsel immer wieder überspringen kann Weil, was bringt mir das, wenn ich immer wieder dasselbe Rätsel laufen lasse Wovon dann die Antwort eh bekannt ist Also, das wäre Zeitverschwendung Und so schnell klicken Dass ich direkt bei der Antwort ankomme Ja, das kann ich nicht Und das war jetzt scheiße In deinem Gesicht Und ich singe irgendwas Auch wenn das überhaupt nicht zusammenpasst Und ich hab's geschafft Und da unten ist irgendwo ein kleines Ding, das mir Leben gibt Ein kleines Ding, das mir Leben gibt Ein kleines Ding, das mir Leben gibt Ein kleines Ding, das mir Leben gegeben hat Und ich es wieder verloren hab Das kleine Ding hat mir Leben gegeben Und ich bin tot F3 zum Laden Von Safe State 1 Okay, ich soll aufhören, so bin ich dazu singen Also das ist so eine kleine Agent-Nine-Aufgabe Die, ja, ist okay Man kann sie einbauen, aber Ja, gut Es gibt schwierigere Aufgaben Und es gibt auch sinnvollere Aufgaben Also, ja, ob man sie wirklich braucht Ist die andere Sache Da kann man sich echt drum streiten Macht aber irgendwie schon Spaß Wenn man es sich immer weiter verkackt Also Klar, irgendwann gewinnt man es irgendwie schon Also Das wird gar nicht ausgeschlossen Nur halt Es kann länger dauern Ich will jetzt nicht sagen, dass es schnell geht Also Es kann länger und es kann schnell gehen Und es kann quasi eine Länge individuell von Wie man es sich haben will Haben Also wenn man lang dafür braucht, dann braucht man lang Wenn man kurz dafür braucht, dann braucht man kurz Also So, nein, nein, nein Halt, stopp Halt, stopp, halt, stopp Hahahaha Wow Da kam mein Laser zurück Das war nicht grad schlau Ja, okay Ich muss mir echt ne Taktik für ausdenken Die clever ist Irgendwie Okay, das war schon Kann ich irgendwie stehen bleiben Mich nur drehen Irgendwie so Kein Plan Was möglich ist Okay, das scheint ja ganz nett zu klappen Halbwegs So, ähm Time habe ich ja da unten Das ist jetzt nicht Wölkst du mal nicht aufnehmen Hey, wake up Boah Okay, interessante Info Da, da Du bist weg So, perfekt Ähm Ich wurde grad ein TS angestupst Das ist nix weiter wichtiges Ich hoffe, man hat das nicht gesehen Das hat eigentlich nicht eingeblendet gewesen sein Hoffe ich Ich sag mal so Wenn es jetzt eine Aufnahme zu sehen ist Obwohl, sollte es nicht Es sollte nicht zu sehen sein Ich hoffe, es ist nicht zu sehen Wenn doch Hat diese Person, die mich angestupst hat Ein kleines Problem mit mir Weil dann kann ich wieder scheiße zensieren Danke Ich hasse zensieren Boah, fuck off In der Aufnahme stelle ich mich dümmer an Als wenn ich es ohne Aufnahme spiele Also diese Mission habe ich jetzt noch nicht ohne Aufnahme schon mal nachgespielt Die habe ich auch noch nicht in der Aufnahme gemacht Aber ich habe die halt früher schon gemacht Als ich das Game noch nicht aufgenommen habe Als es noch nichts mit YouTube zu tun hatte So wirklich nur geguckt habe Aber selbst nicht gemacht habe Da habe ich den Scheiß hier schon mal gemacht Und ja, da lief das ganz gut Immer irgendwie So Das hat jetzt niemand gesehen Nur das hat niemand gesehen Nein Quatsch So hier setzt es besser Oder ist besser Ja ist besser Obwohl hier Oder Ja, okay, passt Perfekt Das war close, man Das war pretty close, man Das war noch closer Das war noch closer Boah, jo, wahrscheinlich Okay, ich gehe gerade schon cleverer voran als eben So, ich sage auch mal so Die Gegner werden auch immer beschissen hat Wenn man Räume weitergeht Zum Beispiel im nächsten Raum Hat man ja ganz am Anfang schon gesehen Da waren Mumien Die mich todhacken wollen Die aber zum Glück nur auf einer Stelle stehen Da Mumien Das war plus Essen Essen Und in den nächsten Räumen Da kommt dann noch was beschisseneres dazu Nämlich Noch Mumien Und dazu noch Spawnhäuser von Mumien So, perfekt Und jetzt Den hat wieder keiner gesehen Das kriegt einfach keiner mit Was ich hier eigentlich tue Und am Tisch Ich bin übrigens immer noch nicht am Ende Will ich anmerken Okay Damit kann ich leben, Bruder So, hier rein Hier in Safe setzen Hier sind zwei Live-Dinger Die ich nehmen kann Okay Zum Glück Diese Mumien Die bleiben ja auf der Stelle stehen Das hat schon echt zu seine Vorteile Ich wurde in der Luft gekillt Interessant So, okay Hier muss ich jetzt nicht taktischer vorgehen Vorgehen So, dich brauche ich unbedingt wieder Mein Sparky Barky Wow Nein, 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 nein lang das steht fest ich gebe an letzte welle so dass das jetzt schnell laufen blablabla so hier kommen jetzt die beschützten gegner dies sollten uns auf die aufgabe gibt wenn man das aufgabe nennen kann er eine challenge genau die kerle die beschissenen buch und söhne ach die helfen mir die helfen mir der kollegische gibt ihn mit dem gewinnen er wird komponiert nein 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 wow das hat gebraucht ich lebe noch noch lebe ich was ein gewaltiger hohen sohn vom werft 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 den schwanz so so tötet man die nämlich man muss diese bomben werfen wie mit 2 euro ganz anders ja ok danke man sollte übrigens auch nicht zu nah an den stehen weil dann endet es böse 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 danke so du kommen jetzt du gebe mir ich kaufe kamel du gib mir bombe okay so danke ja ja und ich hab's geschafft die da steht da am werk rox und da hängen wir jetzt 13 minuten dran an dieser kleinen challenge ohne spaß ist abnormal aber wir haben diese welt vollständig level complete so treasure found 0 ja warum 0 ja das habe ich schon erklärt ich musste das ganze alles was ich getan habe noch mal neu spielen wirklich alles am mitternachtswerk was ich geschafft habe das da das da bin ich überall schnell durchgerusht hab alles geschafft und so kommen wir nun zu einer der letzten offiziellen welten wir sind ohne witz so gut wie fertig jetzt ist noch hier was und dann da oben was 6 eier 3 eier 149 eier edelsteine so gut wie alle wir können auch jetzt gerne mal nachgucken zum abschluss des paars alle dies jetzt nicht interessiert die können jetzt abschalten so ja so fangen wir an sunrise spring world also ja sunrise spring home haben wir alles mit der garten world haben wir auch alles evening lake world haben wir auch über alles und midnight mountain world fehlt uns nur noch dino minors und harbour speedway das konnte ein bisschen was länger dort der harbour speedway weil es wieder so was das park level mit den drei aufgaben und bla 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 so crazy farben diese ganze viel spark world world auch komplett so hier fängt es jetzt dann damit am bla 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 ach ja das war noch zeiten ganz am anfang alles okay das war schon nicht mehr so toll aber dann wird es wieder toll na ja halbwegs und dann sind wir schon beim mittelgarten mit mittelgarten genau mit der garten und das war es eigentlich auch schon das ist nicht mehr vom spiel aus der zeit an das schließen danke diese welt hier vor mir und bevor wir da reingehen werde ich hier den part beenden und wir werden uns beim nächsten mal wiedersehen wenn es wieder ist let's place by ro year of the dragon bis dann leute und rein und ciao